moin moin was geht leute ja wir sind hier mal wieder bei einem neuen video man sieht es schon wir zocken heute regenbogen für die sechs siege ja ich bin mittlerweile level 41 habe es vor drei oder vier wochen angefangen zu spielen und habe schon jede menge operator hier am start bei den angreifern ja also ich will gerne mit der termite ja und bei den verteidigern habe ich soweit auch erst mal alle die man für 1000 ist ja also also dieses standard operator halt die man sich für 1000 ansehen oder hat das da ist erwerben kann weiß ich nicht das spiel ich bin spielen da gerne ach für den dieben paul hier ist da castle weißt du bescheid ja also da habe ich eigentlich keinen lieblings operator hier mal clash geholt also die für 10 10.000 15.000 oder sowas waren immer drin ja ist halt hier die mit ihrem elektro schild elektro einsatzschild ja keine ahnung egal ich bin ein ziemlicher nun da spielen wir was deswegen spielen wir multiplayer neuling und ich würde sagen wo spielen wir morgen ja gut origen ist jetzt nicht so mein fall aber ja ich enthalten mich mal und ich nehme die termite weil dann könnte jetzt erst mal gucken wie ich damit spiele mit der termite ja genau wir müssen jetzt erstmal eine bombe lokalisieren ok äh ja friendly fire ist auf jeden fall bei dem wieder am start also das ja kann man mal so machen ich sag ja perfekt so hallo was sind ihre mann ich würde sagen dass was wieder komplett aber es gibt anscheinend noch ehrenmänner also ja mein mein er hatte nur so wenig wieviel hat er bestimmt fünf leben oder sowas älter ein hit und ich hätte gehabt doch doch war halt nun auch der dog hier war das der luk war das ne wenn hat er denn jetzt geholt was ich war ein guter dog ich kann es jetzt gar nicht so genau sehen aber ich glaube es war ein lukeskipps was dog ich möchte jetzt sowieso sterben das ist jetzt schon ja das war klar ich liebe das ich aber auch immer wieder so darauf einfallen ist echt schlecht wurde lokalisiert und im endeffekt rege ich dir jetzt alle mit sechs leben körper letzter verbleibender gegner sag ich ja ich komme absolut nicht ins spiel rein ich komme absolut nicht rein mann mann aber ich komme gerade irgendwie gar nicht rein die platten jungs was ist denn los die gegner haben eine entschärkung die in der bombe platziert zerstört ihn hey digga ich fick doch mein leben das kann doch nicht wahr sein ach digga das spiel schlecht das spiel schlecht es ist einfach schlecht egal ich fahre schon wieder alles digga das kann nicht wahr sein die bomben schützen den entschärfer die aktivieren letzter verbleibender gegner ein operator des eigenen trupps verbleibt ich bin dreimal gestorben und zwar indem die jungs ist in kein einzigen kreis es ist so schlecht durchbrechen elektronik scanner überprüft ey lass doch alter oh digga warum alter hey Junge, das kann nicht wahr sein. Junge, ich war noch voll auf ihm drauf. Ich war noch voll auf ihm drauf. Digga, was ist das? Was ist das? Bitte, 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 bitte. Entschärfer ist aktiviert. Beschützt ihn um jeden Preis. Tür abäumen hier. So spielt man das heutzutage. Jawoll, ich bin per 3 mit 4 Kills erstmal. Jawoll, ich bin per 3 mit 4 Kills erstmal. Ist das geil, Alter. Was? 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 Digga, ich habe ihm doch Heldschutz gegeben. Was? What the fuck? Oh mein Gott. Ah, ich bin immer noch erster, okay. Geil. MVP. Mit seinem Elektroschild. Junge, aber das ist wirklich so schlecht, ne? Alter, ich denke, ich... Ah, egal, wer ist denn das? Gefahr, entsprechend planen. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Auf heimliche Aktionen vorbereiten. Ey, Hand... Ey, Dach, Digga, das ist doch scheiße. Tür verbarrikaniert. Lege willkommen ins Mathe aus. Jetzt geht's hier los. Wuhu. Geil. Scheiße, Digga. Scheiße, Digga. Mein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Digga, ja. Das verlieren wir wieder. Digga, wir haben das doch sowieso schon verloren. Warte mal, was... 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 Nein! 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 Ich hätte es fast geschafft, Digga. Ich hätte es fast geschafft. ich habe fast ein komplettes team allein auseinander genommen ja leute wenn es euch gefallen hat hier mal ein bisschen regenbogen sexy ist sechs siegel gespielt haben dann lasst den ganzen noch mal gerne durch nach oben da ich würde mich auf jeden fall mega freuen und vielleicht kommt ja das eine oder andere weitere video von rainbow ich habe das mal ausprobiert und mal gucken wie das bei euch sagen kommt denn das spiel macht wirklich sehr viel spaß gab es eine zeit lang für 10 euro nur deswegen sagen ich bin raus und rein